Mein Name ist Carlo Portman, ich mache die Lehre als Kunststofftechnolog bei der Firma GMI und bin jetzt im vierten Lehrjahr. Ich habe mich bei der GMI beworben, weil sie in der Medizinaltechnik tätig ist und das nicht bei jeder Firma der Fall ist. Zu meiner Tätigkeit gehört das Planen, das Organisieren und das Bedienen der Maschinen. Für den Beruf solltest du flexibel sein, ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen haben und logisches Denken mitbringen. Bei der Firma GMI stellen wir Kunststoffteile für die Medizinal- und Ventiltechnik her. Das machen wir durch Spritzgussverfahren. Ich habe mich für die Lehre als Kunststofftechnolog entschieden, weil der Beruf vielfältig ist und einen technischen Herausforder. Zu meinen Alltagstätigkeiten gehört das Maschinenbedienen, Planen und Organisieren. Ich hoffe, euch hat die Einblicke gefallen. Wenn es euch interessiert, bewerben euch doch bitte, wir würden uns freuen. Ich wünsche euch das chords und Betrink-L 앱hle. Dann kommen wir auf unsere Wälder und den Aufstieg auf meine Hände. Wir haben auch noch einen Überstiegsames. Wir haben uns hier. Wir sind hier bei uns im Weg,